So liebe Leute, das Werkzeug habe ich heute mit. Ich möchte euch einladen, einen netten Videoclip, was wir jetzt drehen. Und einen Sessel mit auf die Wiese nehmen ist eigentlich auch nicht normal, aber ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. In Pittsburgh natürlich haben wir schon viele Möglichkeiten von der Gegend her, schon ein Traum. Ich weiß jetzt so meine speziellen Platze, aber ich werde zuerst fragen, einen Bauern fragen, weil das ist ja sein Grund und da geht man nicht rein. Also ein Freund von mir ist der Ema Toni da oben und den gehst du da ins Bauernhaus und die ganze sind. Und da seht ihr schon, die Wiesen da zum Beispiel, der Zeuche blinzt raus. Das ist zwar noch ein bisschen helleres Licht, aber da werde ich mich wahrscheinlich platzieren mit meinem Stuhl. Ich ruche mich hin und schau, wenn das Licht ein bisschen runter geht, dann kriegen wir eine ganz gewaltige Stimmung her. Schau, jetzt sitze ich mal da her. Ich versuche jetzt so. Und nachher fliegst du mit der Drohne da rund um und blickt auf den Kaiser runter. Ich glaube, da könnte man was Schönes zusammenbringen. Auf jeden Fall. Und das einfach einfach machen. Nicht da dann machen, sondern einfach nur die Natur arbeiten lassen. Ich tue meine Brühe nachher, dann geht es noch besser. So, da sitze ich mir wahrscheinlich so her und versuche das Liedl so gut wie möglich zu präsentieren, um euch einen Spaß zu bringen. Und dieses Lied ist etwas Spezielles. Und zwar, ich habe damals vor Jahren in Amerika drüben als Profeskifahrer John Denver kennengelernt. Ein wunderbarer Mensch, eine unglaubliche Persönlichkeit, ein großartiger Star in der Country Music, John Denver. Begeisterter Skifahrer, durch das sind wir mehr und mehr zusammengekommen. Der hat mich dann wieder eingeladen in seine prominenten Skirennen, was mir natürlich gut gepasst hat, weil ich irrsinnig viele tolle Leute kennengelernt habe von Hollywood, die Schauspieler. Nette Dirndl dabei gewesen, muss man auch dazu sagen, hat mir auch gut gepasst. Und einfach diese Abende mit John, wenn er noch gesungen hat, das ist schon beeindruckend gewesen. Die Musik hat mir gut gefahren, Country Music. Und dann, leider Gottes, ist er verunglückt tödlich mit seinen eigenen Flügern. Genau an dem Tag, wo ich mit der Romana nach Los Angeles geflogen bin, komme ich am Flughafen an und das Erste, was ich gehört habe, stellt euch vor, John ist tödlich verunglückt mit seinen Gen. War nicht lustig, war nicht, das war ganz Witzelhaut. Weil man einen Menschen gern gekannt hat und das ist die erste Sache, was man kennt, oder was einer sagt. John ist vornlich gauzig. Wie immer, mit den Jahren dann, wo ich dann angefangen habe zu singen, ist mir dieser Gedanke gekommen, eigentlich könnte ich so ein Liedl von ihm übernehmen. Vielleicht kriege ich die Genehmigung. Vom Text her ein bisschen anders, aber von der Musik her hat mir das einfach gefallen. Meine Frau hat da nicht extra zugemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, genau zu der Zeit, wo es uns eigentlich gar nicht so gut geht. Für die ist dieser Liedl und ich hoffe, dass es für euch ein bisschen wohltut, dass es euch gut tut. Weil, wie wir ja wissen, im Leben, es geht einmal gut, es geht einmal schlecht, es geht einmal ganz leicht und dann geht es überhaupt nicht mehr. Trotzdem, Musik ist immer etwas, was uns gut tut, was uns wieder aufrichtet. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Lied euch ein bisschen ein paar nette Minuten bringen kann. Und ja, es geht sicherlich wieder weiter, bin ich mir sicher. Ich bin ein positiver Mensch und ich drücke euch die Daumen, dass alles gut geht. Und in diesem Lied möchte ich euch gerne eine ganz gute Zeit wünschen, denn es ist wirklich so. Manchmal läuft das Leben nicht ganz so rund. Du und ich, wir kennen Freude und auch Sorgen. Mal auf, mal an, so gehen die Jahre bis ans Ziel. So wie ein Hund und ein Katz auch noch. Neues Glück, neue Chancen, die gibt's schon morgen. So, liebe Leute, jetzt geht die Sonne unter und wir sind fertig geworden mit dem Clip. Ich hoffe, ich habe viel Spaß mit dem Lied. Ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Und ich packe jetzt mein Zeug zusammen und ich schaue euch einmal diesen schönen Sonnenuntergang. Pfiat euch! Das Video werde ich jetzt gleich mal sehen. Pfiat euch! Ah, ist das schön! Ah, ist das schön! Und nicht leuchtend bunt Doch jede Nacht geht Und auf Ende folgt Flut Schau einfach vorwärts Denn alles wird gut Denn alles wird gut Und doch